Musik Hey, wir sind Fabian und Marie von der UDK in Berlin. Und wir sind die Fixpartner von Nina und Bo. Nina ist 25 Jahre alt und wohnt in Neukölln mit ihrem 12 Wochen alten Sohn Bo. Der muss natürlich auch unterwegs gewickelt werden, was oft ganz schön kompliziert ist. Und das soll sich jetzt ändern. Musik Wir haben Nina den Wickeltisch unter realen Bedingungen testen lassen. Musik Bo. 24.2. Demnächst. Musik 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 Musik